Jo Leute und damit willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja, nachdem wir jetzt den letzten Tempel endlich gefunden haben, den sollen wir nicht schreien, weil er hier in einer anderen Welt war, wo ich eigentlich schon vorher hätte gucken müssen. Naja, müssen wir jetzt auf die andere Seite wieder. Dann müssen wir da rein, wo wir zuletzt waren. Sack. Gut, dass wir fliegen können. Das geht halt nur mal schneller. Also richtig schön fix. Müssen wir hier runter. Dann da wieder rüber und so. Oh ja. Besser als gar nichts. Zack. Ding, ding, du, ba, 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 ba. Zack. Lass mich rüber. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Da bin ich ja mal gespannt, was das sein wird. Dü, 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 dü. Können wir da auch runterspringen? Geht das? Nö, schade. Hm. Sonst von Niederhöhe, aber da geht's nicht. Hallo. Hier. Luana und Solen, ihr habt es auf dieser Reise weit gebracht. In der Traumwelt gibt es Waffen von unermesslich Stärke. Beweist euch ihre würdig und beansprucht sie vor euch. Diese Herausforderung geht allein euch. Seid ihr bereit, mir ein letztes Mal gegenüber zu treten? Jupp. Dann schließt die Augen. Ach, Herausforderung, also. Nice. Prüfung des Edges in das... Nee, wait. Letzter Kampf. So, ähm. Mhm, mhm, mhm. Ba-bam. Zack. Klar. Kann dazu schlagen. Ja, gute Waffe, ne? Hm. Moment. Moment. Zack. Konterschlag. Und ziehen wir da mit nochmal rein. So, dann kann er damit aber nicht angreifen. Konterschlag. Nee, figure-attacke, ey. Hoffentlich ist er nicht allzu stark, ey. Den, den. Ich gewinn mal... Nein, ich muss beide machen. Ja. Das ist das Einzige, was ich für beide hatte. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Zack. Bewundbar. Munderrang noch einmal reinzimmern. Zack. Mann. Nicht doof. Das krieg ich auch so gerne hin, ne? Hm, 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 hm. Zack. Komm, nochmal Munderrang. Danach kann ich aber nicht spezial einsetzen. Hm, 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 hm. Dann zum Beispiel noch nicht schaden rein, wenn das wirklich so ist. Mist. Äh, komm, ich mache ihrs. Rein damit. Vergeltung. Hm, 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 hm. Rein fehlt immer noch der Zaun irgendwie so ein bisschen, finde ich. Dieses Bom-Bom. Das ist Attacke, ey. Hm. Heilender Nebel. Ja, das hätte ich wegzimmern müssen eben. Ich habe ja schon die Kombo gehabt, ne? Na ja. Na ja. Der Nebel fühlt sich besser. Der älteste des Nebels fühlt sich besser. Hm. Habe ich nicht so gesagt? Nein. Ach, Mist. Man kriegt das einfach nicht hin so lange. Hm, hm, hm. Aua. Hm. Äh. Ich muss nochmal aufladen. Ups. Unterschlag, ey. Äh. Gibt das hier einmal? Dann können wir nämlich Bad hier einsetzen. dass er sich ja nicht heilt. Hm, hm. Ach, Mann. Ich hasse es. Ach, der macht Donner. Mann, er war tot und ist wieder da. Das kriege ich doch nicht hin, weil ich... Weil ich halt nix dafür hab. Hm. Das Ding ist kaputt. Kling, Tornado. Autsch. Und sie leben wieder. Äh. Ich setz mal nochmal Mondarang ein. Hm, hm. Okay, das passt schon mal. Kombo. So ein... Ähm. Okay. Ja, die haben ja eh nur die gleichen Attacken gerade. Boink. Ach, Mann. Boah, die Kombo verkackt, ey. Genauso wie das, Schwäler. Aua. Hm, hm, hm. Ich heil sie mal. Nee, ich heil sie ins Nebel ist für sie besser. Nee. Wie ist kommt der dran? Beide. Ein lichter Lösung. Boah. Heil sie mal. Boah. Feuerkomete eigentlich. Hm. Konterschlag. Aua. Aua. Entschuldige, weg. Ja, hatten wir da für nicht irgendwas? Nö, ne? Nö. Okay, daneben nicht. Dann muss ich halt gerade alleine kämpfen. Geil, dass er diesmal nicht stand, ne? Ähm. Wollen wir mal machen? Hm. Munde ran. Ich weiß, dass ich die Kugel noch rumliegen habe. Hm. So. Er ist ja da. Ich mach mal einmal die Combo. Hm. Und mit dem mach ich den... Ball. Soll da eigentlich klappen. Nö, natürlich nicht. Einen Tornado. Ich bin wieder weg. Mann. Alte Falte, ey. Ich hätte den Heidensohn vor. Junge. Fühlt sich besser. Natürlich fühlt er sich wieder besser. Hm. Wie viel Leben der wohl noch hat? Aber. Das frage ich mich halt echt. Wie lebende Typ noch hat. Hm. Aua. Scheiße. Ja mal. Hm. Hm. Hm, hm. Hm. Man ist ja nicht weg, der Typ. Aua. Kombo. Der Sonderranken würde gut sein, ist aber naja. Ähm, ich muss ihn heilen. Und sonst ist er gleich wieder weg. Junge, das habe ich jetzt mal hingekriegt. Ähm, Kombo. Zack. Aua. Das habe ich leider nicht hingekriegt mit dem. Oh, heil dich doch nicht immer, Junge. Hm, 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 hm. Hm, hm. So. Ich hätte auch Schutz einsetzen können, ne, eigentlich. Na ja. Hm. Er ist wieder weg. Natürlich. Man, es dauert halt umso länger, ne? Mann, Mann, Mann. Hm, 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 hm. Na, da fehlt er zu, im Ton, irgendwie. Geschafft. Hälteste aus. Was? Hälteste ausgehebelt. Ist mal so klein ohnehin. Hoh, 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 hoh. Hoh, 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 hoh. Stark seid ihr wohl. Mögen sie euch Kutinen. Mondbo erhalten. Sonnenklinge erhalten. Viel Glück, Luana und Solen. Junge, ey. Ähm. Wie gesagt, ich kann gerade echt nicht lesen, was da genau stand. Älteste ausgehebelt. Besiege den Ältesten des Nählwilds zum zweiten Mal. 22,3% der Leute haben es gemacht. Du, 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 du. Okay. Es lohnt sich halt, ne? Mhm, mhm, mhm. Dum, dum, dum. Es ist so geil. Sure, we do it. Jetzt mal dagegen klären. Müssen uns doch heilen, ne? Ja. Und kochen müssen wir wieder. Ja. Vorher speichere ich. Mhm, mhm, mhm. Gleich. Nochmal die Sachen blendern. Und die werden eh wieder da sein. Mhm, mhm, mhm. Schöp. So. Wir können uns einmal rüberschmeißen lassen. Weil wir dann sind wir ein bisschen näher dran noch. Nein, nehm ich Bock drauf. So. Und los geht's. Das ist halt so geil, ey. Wenn man hier reist. Zack. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. So. Mhm, mhm, mhm. Ich weiß echt nicht, wer da rein kann. Guck mal, hier können wir auch nochmal Sachen holen. Zack. Und ich weiß nicht mehr, von wem ich das andere bekommen hab. Wo ich das gekauft hab. Ich hab schon wieder vergessen. Ein Junge, ey. Bin ich verplant immer. Vergesslich. Ich merke mir, naja. Das ist halt auch, weil das meistens viel zu viel ist, was man da sieht. Zack. Zack. Nein, diesmal renne ich dann nicht gegen. So, lasche ich. Mhm. Hallo. Zack. Tun wir es. Ja. Ganz mit der Ruhe. So. Wir kommen. Vier Stück können wir davon. Das hört sich schon mal sehr gut an. Nun machen wir vier Stück davon. Zwei Stück davon. Kann man ja Kitorika nehmen, würde ich sagen. Dann können wir zwei machen. Von dem mach ich halt eine. Wett können wir nicht mal machen, weil natürlich die Mehl wieder fehlt. Ah, Fisch und Pagament können wir noch einmal herstellen. So. Dann speichere ich hier einmal. Dann würde ich auch sagen, jetzt ist wirklich die Stunde des Schicksals gekommen. Wir haben es ja lang genug herausgezögert, oder? So. Siege setzen. Wir hätten hier noch irgendwas anderes, aber ich habe keine Ahnung was. Dann machen wir mal her. Hm, 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 hm. Äh, da. So. Dann mal rüber da. Hm, hm, hm. Das war hier. Dum, 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 dum. Ich kann auch kurz tragedypeen. Wir müssen wahrscheinlich hier hochfliegen, nur. Zack. Der Mond. Ja, ne? Sehr schön, oder? Nö, ich will ja gerade nicht rasten. Habe ich schon gemacht. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen. Tun wir es. König Ehemals hoffentlich hat Tix etwas hören. Ja, das ist immer noch das. Valerie, ich weiß, die Zeit dringt, aber wenn es einem gibt, die Arena ein Brust aufzuschauen. Achso, da soll man noch das ausruhen. Habe ich nämlich gerade vergessen. So. Dann speichere ich hier noch einmal. Schön hell jetzt hier. Das war hier. Und der. Das Schiff. Stimmt, ja. Und der hat die Sachen. Der hatte das. Guck mal, hier Milch nochmal. Kann ich halt nochmal mal was kaufen. Will kaufen. Habe ich ja vollkommen vergessen, dass ich den Müll noch habe. Das Markingen kann weg. Das kann weg. So. So. Alles, was wir nicht brauchen, kann weg. Ähm. Kaufen. Kannst du nochmal ein bisschen Milch kaufen. So. Achso. Hier haben wir das gekauft, ne? Ne. Knusprig und köstlich duftend. Krustale. Die Gruppe. Okay, dann. Naja. Immer noch mehr finden. Ich weiß halt gar nicht, wo wir noch welches finden könnten. Ähm. Schatz fehlt. Wo auch immer. Wahrscheinlich drüben irgendwo. Wahrscheinlich hier in dem Gebiet irgendwo. Mhm. Mhm. Das ist das Ding gewesen. Hier. Verstecktes Flashmancers. Bäh. Jetzt sieht das ekelhaft an. Das ist es. Das versteckte Flashmancers. Es gibt kein Tor. Er will offenbar, dass wir reinkommen. Gut. Guck mal, hier können wir auch nochmal heilen. Ich speichern hier vorne nochmal. Ich speichern hier vorne nochmal. Was ist das? Ich spiele zum Zurückporten wahrscheinlich. Mach was. Mach was. Mhm. Ah. Natürlich wie immer. Mit Gegner. Mit Gegner. Natürlich. Zack. Rundbar. Fleischschild. Ah ja, das sind ja diese Viecher wieder. Ging, die wir schon mal gekämpft haben. Aha. Ja gut, der war geschützt. Natürlich. Natürlich. So. Erstmal auf die Fressen. Zack. Lebt ja immer noch. Wie viel hält denn da aus? Merf macht Schuss. Aua. Hm, hm. Machen wir das so. Okay. Zack. Ups. Was ist der Knopf? Schaffe ich jedes Mal, ne? Hm. Bleh. Geht. Komisches Gesicht. Hi, ihr da oben. Aha. Hä? Ach, warte mal. Können wir das rüberschießen? Über diese Platten hier? Geht das? Natürlich geht das. Ach, wir müssen das darauf, glaube ich. Oder? Oder doch nicht? Oder doch nicht? Oder doch nicht? Wie ist denn eine komische Platte da gedacht? Wir schießen eh nur komplett rüber. Hä? Nee. Ich verstehe gerade einer, wenn wir will. Ich glaube, die müssen nämlich da rauf. Nee, wir können hier rauf. Deswegen, ja. Das musst du da rüber. Ach, warte mal. Geht das? Nee, er schießt ihn trotzdem komplett rüber. Ich weiß, was du da rüber? Hm. So, okay. Verstehe. Und wieder gegen. Mist. Ich kriege das immer ein, dass wir echt aus der Takt kommen. Und tschüss, ihr beiden. Oh, diesen Elbumschlag irgendwie. Zack. War eigentlich voll die Verschwendung eben, ne? Nein, falsch. Ich wollte sie haben. Duu, 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 duu. Hm, hm. Hm, hm. Naja. Nicht viel, aber besser als gar nix. Zack. Und tschüss. Und tschüss. Was haben wir hier jetzt? Ah ja. Naja, wir gehen erstmal da rüber. Und gehen hier hoch. Nimm das komische Ding hier mit. Das wir, glaub ich, da rüber schieben müssen nächstes Mal, oder? Jopp. Wiii. Wiii. Können wir den hier wieder runter machen ohne Probleme eigentlich? Noch, ne? Das geht nur wieder hoch. Genau. Weil... Okay. Nassau. Nassau. Ich mach's mir immer viel zu kompliziert, irgendwie. Boink. Die müssen wir da erstmal rausschieben. Zack. Ups. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Ah. Falsche Richtung. Zack. 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 Äh. Tschüss. Falsch. Mund auf. Bäh. 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 ja mal kurz mich heilen, heili heili machen und speichern, denn ich werde hier nämlich jetzt mal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bei Sea of Stars und dann machen wir uns auf den Weg zum Flashmancer. Bis dann, ciao, ciao.